Ist tot. Gut. Ich hab durchschwollt, wenn der Tweeper jetzt schneller gekommen wäre, dann wäre es alles kein Problem gewesen. Siehst aus, ey. Wie am Anfang der Aufnahme. Schön kaputt. Ja, wie immer halt. Ja. Ich tue mich ja hier auch laufend opfern. Tja, ja. Hätte ich nie. Hier gerade... Brauche ich eh mal nie. Da ist ein Enderman-Randierung. Geht's. So, da sind nur Zombies. Einen Creeper dorthin mit einer Spindel. Ach, da ist ein Enderman. Enderman gehört mir. Ja, den kannst du gerne noch haben. Das war's mit dem Enderman. Tue die Spinne ist auch schon mal entsorgt. Ich brauche bloß nur ein Stilett, was da ist. Die Spinne ist entsorgt. Ach doch, ich hab ein Enderperle gekriegt. Geil. Enderperle, immer gut. So, hier hinten haben wir langsam schon die Raumhöhe erreicht. Hier wird's Shane mal später. Aber du musst ja eigentlich nur so lange, bis Graui wieder schreit und nicht wieder zur Hilfe rennen muss. So lange baue ich dann erstmal ab, bis ja mein Ziel erreicht ist, diese Spitzhacken alle wegzuhaben. Nicht abhauen, nicht abhauen, nein, aber nicht zu mir, nicht zu nahe zu mir, aha. Jetzt müssen wir laufen, jetzt laufen wir ein paar Runden. Ja, versteck dich. Bist du ein dumm-daufer? Dumm-daufer? Du bist so ein dumm-daufer? Oh je. Der versteht sich. Oh, ist das süß. Oh, ist das süß. Was denn? Oh, schau dir das an. Der Kriper da drin? Ist ja ein Loch gefallen, ne? Oh. Der kommt doch aber raus eigentlich. Ja, der kommt doch gleich wieder raus. Wenn er Lust hat, kommt doch wieder raus. Da ist ein Skelett. Wo? Komm, da. Da. Da hinten. Siehst du's? Ich glaube, du musst eher das Skelett erstmal anlocken. Da. Warte mal, wo? Ach dort. Okay. Es ist angelockt. Ich gehe entfernen. Es ist angelockt. Eingelockt. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Aber der Kriper ist jetzt im Weg. Nein! Äh, super. Ich hab's gesehen. Also ein Skelett hätte ich hier noch zum Anbieten. Ah! So. Du musst mehr ein. Ja? Dann muss ich das Skelett aber erstmal töten. Na, das kommt jetzt sonst trotzdem nicht auf den Kicker. Ja, und ich bin hier unten. Ich hab mich wieder eingebuddelt. Du hast dich eingebuddelt. Ist hier unten ein Skelett oder was? Ja, weil hier oben wie eine Spinne ein Skelett war und ich weiß nicht, was noch im Hintergrund war. Ich weiß nicht, wo du bist. Kein Plan. Ich bin irgendwo so ein Dienst runtergefallen. Und hier unten ist noch ein Skelett oder was? Ja, ja. Irgendwie war das dann schnell um eine Spinneklobe. Habe ich zumindest im Augenblick. Oh no. Das war jetzt nie so gut hochzuspringen. Moment. Nein, ich muss mich selber erstmal schätzen. Ja. So. Hast du? Nee, ich weiß nicht. Ich muss jetzt mal deinen Namen suchen. Ach, hier bist du. Ja. Äh, hier ist 0. Nüch? Warte, warte, warte. Ach, stopp. Bleib mal dort. Jetzt sehe ich Skelett erst. Voll hibbelig auf die ich auch. Nee, jetzt hat er mich erwischt. So. Das ist weg. Ich war hier doch nicht. Ich habe gedacht, im Augenblick, das wird noch mehr. So, Spinni sind immer schlecht. Und ich habe Hunger. Voll die Kampfarena hier unten. Irgendwie witzig. Jo. Wir sollen wirklich bloß noch nebenbei ausbauen? Kannst du verschiedene Experimente? So. Weiter. Der Aktion. Vernichte deine zu viel habenden Spitzhacken. Ganz schlecht sind solche Streifen, die man hat. Ich bin nur voll hängen geblieben. Ich kenne doch jetzt, die Löcher sind immer blöd. Ja, die können auch weg, ja. Wieder eine Spinne? Obwohl, das sind wie Schützendreben. Stimmt allerdings. So. Oh, ich habe keine Spitzhacke mehr. Geilo. Ziel erreicht. Nur noch ein Schwert, was auch noch mal viel hält. Also, wegen mir könnten wir langsam erst mal heben. Ja. Äh, warte. Nie, noch nie. Wir könnten ja was aus der Kiste mitnehmen. Oder ich. Hier alles. Oh, ein paar Pflasterstehne. Schwarzpulver. Immer gut. Hab ich da. Kannst du noch mal zu mir kommen dann? Ja. Können wir die Slots noch schön aufteilen? Ach, hier bist du. Also, Schwarzpulver hab ich. Ich kann hier aber meins geben. Warte, hier. Und da kann ich noch was aus der Kiste. Hast du jetzt beide? Ja. Ich hab zwei, ja. Da kann ich nämlich noch ein Slot benutzen. So. Ich hab hier noch einen fast kaputten Bogen. Mein ist auch fast kaputt. Aber ich lege ihn in die Truhe. Ja. Der kann hier unten bleiben. Ja, für nächstes Mal. Eine Kartoffel lass ich mal hier unten. Ah, spinnen. Oh, go, go, go. So. Hast du Pfeile? Wie ein. Hier. Hast du Knochen? Ja. Da. Und schau noch mal alles mit. Aufi. Ich hoffe, das Schwert halt. Sieht doch schon gut aus hier. Gut, doch voll. Ja. Überhaupt nie geplant, dass wir hier sind. Aber wir haben 42 Eisenerz. Ja, geh mal hin. Wir haben nebenbei 5000 Tote erlebt. Du, ja. Ja, stimmt. Du hast mal was zugeschaut. Und hast dann mal was die Rettungsaktion geleitet. Naja, natürlich. Solche Menschen muss es halt auch geben. Äh. Äh. Na? Ja. Dankeschön. Gerne. Ich war jetzt beinahe hier noch runtergestürzt. Ja. Das wäre jetzt auch nie so schön. So, ich will das wenigstens nur einsortieren. Sicher heimbringen. Ja. Falsche Richter. Mensch du. Also da haben wir ja heute wieder einiges erlebt. Ja, wir haben ein weiteres Mal probiert, äh, den Creeper und den Skelett, ne, sich einander näher zu bringen. Mhm. Mhm. Die Anatomie. Au, es hat nicht so ganz geklappt. Scheiße, wir haben schon so viel, äh, Stein. Kobbel. Hm. Naja. So, die Kiste ist damit auch zugeballert. Ja. Ruhe geöffnet und die Treppe in der Zeit runtergelaufen. Super. Das ist gut. Dein Kleister, hier ist echt ein bisschen viel drin. Bedeutet, das nächste Mal geht es weiter mit der Mauer. Auf jeden Fall. Was säufst du? Milch? Ja. Die gute Milch. Damit die jetzt woanders hinkommen kann. Äh, dann schaffe ich mal ein paar Steine in die, in die andere Kiste, die wir am Eingang haben, weil das müssen wir ja eh weitermachen. Ja. Können wir uns dort noch ein paar Steine schon mal sichern. Die brauchen wir ja so oder so. Paddels Denkmal nie zu vergessen. Ja. Um das mal kurz zu erwähnen. Das schönste Ding aller Zeiten. Das ist wichtig. Paddel 1469 bis leider. Was bist du leider? Du bist leider. Achso, stimmt. Das fällt mir schon gar nicht mehr erinnern. Das ist schon so lange her. Oh. So, da kann ich hier noch. 50 Jahre ist das jetzt her. Wir haben heute einen Zeitzeugen ausgegraben. Herr Mago. Was können Sie uns darüber erzählen? Ja, also, ich hab das so gesehen. Ja. Okay. Ja. Warum haben Sie mich eigentlich ausgegraben? Um was geht's? Es geht um diesen Sachverhalt. Welchen? Diesen. Ich klinge zwar dumm, aber ich bin nicht dumm. Um was geht's? Es geht um P. P? Um Herrn P. Wer ist der P? Das Denkmal. HP? Sie wissen. Das Denkmal. Sie wissen doch, was ich mein. Wieso reden Sie so komisch? Ich rede ganz normal. Nicht. Doch. Und hier ist Ihr Wettkandidat. Ach, Thomas. Du bist, Mensch, alte Socke. Du moderierst immer noch mal 400 Jahre mit denn das, oder wie? Ich bin nicht, Thomas. Wer bist denn da? Soll ich dich etwa Gotti nennen? Ich bin Roma. Ein Nachfolger von Thomas. Die Nachfolgerin? Ein Nachfolger. Nachfolgerin von Thomas? Ja, das bin ich. Verstehe ich nicht. Betten. Es ist nun auch nicht mehr Betten das, sondern Betten Schass. Schass? Ja. Hä? Was ist das denn? Fragen Sie nicht. Es ist so. Ja. Nee, äh. Keine Ahnung, was es ist. Ich habe einfach sinnlos hin und her geredet und A und B gesagt und D auch und so. Ja, ich mache hier gerade unsere ganzen Krater wieder ganz, weil die Erde muss weg. Damit wieder ein bisschen Platz ist. Die Erde muss weg. Die Erde muss weg. Die Erde muss weg. Wer kann sie wegschaufeln? Schnauna, schnauna, wirf den Kraui an die Wand, denn es ist ganz verhitzig. Ha, 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 ha. Hey. Ha, eine Tsche früh am Abend. Mal gucken, ob das jetzt... Oh je, hast du schon wieder ein neues Schild dran gemacht. Nein, ich habe nichts dran gemacht. Ja, ja. Wirklich nicht. Ja, wirklich. Ja. Wirklich. 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 Schnauna. Das kann ich drüben einsortieren. Gut, der Baum, der geht jetzt endlich flöten hier, das ist auch gut. Es war einmal ein Hamster. Da wären wir wieder bei dem Tee-Meer. Ein Tee-Meer? Tee-Meer. Tee-Meer. La-Meer. La-Meer. Äh. So, Monster-Drops. Wir haben Spin. Das Meer. La-Stadt. Äh, La-Meer. Ne, oder? Ich weiß nicht mal, wie das ging. Ah, wie hatten wir das damals aufschreiben? Ein Fest. In unserer Stadt. Oh je. Alt-Stadt-Fest. Ne, sowas nicht. Doch, irgendwie haben wir das aber erwähnt. Bin ich mir sicher. Ja, 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 aber irgendwie... Ja, das war ein anderes Lied. Das war, das haben wir auch nicht selbst geschrieben. Beweise? Na, wir hatten doch die Beihilfe vom Udo. Ach, ja, stimmt ja. Er hatte doch... Können wir endlich mal für dich einen Titel schreiben? Das ging mir ja so oft. Ja. Dann haben wir irgendwann mal gesagt, ja, wenn's sein muss. Und dann haben wir gesagt, das hat auch ein Thema und dann hat er gerade erzählt, dass er sie sieben Fässer Wein bestellt hat. Ach, so an der Weinlache lag. Na. Und da haben wir gesagt, ja gut, machen wir das auch über deinen Lied. Jetzt haben wir es immer so weit. Ja. Bla, bla, halt. Ja. Mit Schallplattenspieler? Ja. Hab ich mal gebaut. Ohne Schallplatte. Tolle Idee. Ja, ich wollte ja dann eine Schallplatte mal bauen. Wo haben wir denn, äh... Aber leider haben wir hier auch... Änderungen hat man schon. Wir haben hier ja auch nur... Ja, die sind im Monster. Äh. Oder? Ja, ja. Waren sie. Ich muss hier erstmal sortieren. Äh, eine Enderperle bitte, ja? Das ist kein Enderauge, das ist eine Enderperle. Perle... La Perle... Welche Muschel tun Perlen ausspucken? Perlmut. Ja? Ich weiß nicht, wie die häsen. Perlmut ist was anderes. Perlmutti. Kannst du hier runter oder sowas? Na, ich will dich beobachten. Aha, so wie immer. Äh. Äh. Selbst wenn ich schlafe. Ja, genau. Äh, nee, äh... Was soll ich denn jetzt? Also sind Endermans eigentlich Muscheln? Genau. Das ist die logische Schlussfolgerung. Weil die ja eine Perle ausspucken. Gut. Ich hab erstmal das Nötigste da. Na? Geh wieder in mein Zimmer. Ich nehm den unterirdischen Lang. Ich dachte, du nimmst den Lift. Der ist viel sicherer. Möben. Bleibst du denn? Ach, ich hab hier grad, steh hier grad bisschen im Stau. Wieso denn das? So. Ja. Da war irgendwie grad so, hat so ein Älterwesen Last verloren und da war ein bisschen verkehrs. Kauschkausch. Ach so. Ja. Okay. Dann danke für's Zuschauen. Ich danke fürs Zuschauen nochmal. Danke. Und, äh, würde ich dann sagen, man sieht sich das nächste Mal wieder. Ja. Und dann geht's weiter an der Mauer. Genau. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.